Moin moin meine lieben Freunde und willkommen zurück zu, ach du heilige, ja gut, wir haben es mal wieder geschafft, perfektamente, äh, ja, wir haben... Ach du Kacke, so, rein mit dir, Stoff hinzufügen, 2,5, rein mit dir, Stoff hinzufügen, 2,5, rein mit dir, nein, nein, ach Kacke, na egal, ok, Speed und Geld, dann nehmen wir, dann nehmen wir die Sachen mit Speed an und die mit dem Geld, was passiert eigentlich, wenn ich dich hier reinpacke? Oha! Was? Was passiert? Wir machen das einfach vor das Fenster, den Lüfter hab ich denn noch? Wo geht doch wohl noch ne Lampe hin, oder? Da hinten, aber das bringt uns nichts, ansonsten wir die Ecke beleuchten, scheißegal. So, wir kümmern uns darum nebenbei... Ja, was wollen wir in dieser Folge machen? Ähm... Wir werden endlich, endlich... Unsere Connection zu der Gang finden. Letzte Folge haben wir ja die Folge genutzt, um... mithilfe von Dietrichen die ganzen Hütten da leer zu räumen. In dieser Folge werden wir... etwas anderes tun. Ist das überhaupt ein Bank oder was? Muss es zahlen? Strip-Club-Motel. Eigentlich will ich den Strip-Club, aber das ist mir bis jetzt noch zu teuer. So. Lol. 2 Towers ist das letzte, was hier hinter der Sperre liegt. Dann würde ich sagen... Klappt mir das noch nicht frei. So. Devil... Kollegah Schnürschubbel 41 Gramm Amphi. Können wir machen. Zwei Zwannis. Und ein Einer. So. Oh, ich hab mich schon gehört. Komm schon, sei du. Hier mit den Drugs. Goll. Das heißt... Für mich... Keine Probleme mit den Cops. Die kann mir egal sein. Ich geh nur hier zu nem Geldsammeltreffen. das darf ich mal probieren. das kann ich gar nicht nehmen ich dachte schon weil manchmal kann man tatsächlich die häuser leer looten so was du kannst das auch ok cool sick 15 können wir machen 15 können wir machen machen wir das amphi die 5 dann haben wir 30 35 haben wir dann 53 perfekt so 53 geht also erst ein 5er davon zwei 10er und ein 3er dann haben wir die 18 und die 5 die 15 brauchen wir auch zwei mal zwei 10er zwei 5er und dann brauchen wir nur noch die 4er amphi ich denke jedes mal ist ein kopf so messer habe ich gerade 200 krank der kusch in die mülltalle befördert ja das ist ja das dafür hinzufügen so das brauchen wir jetzt 15 15 18 und 5 das heißt 10er brauchen wir dreimal 5er brauchen viermal dreier einmal das mit dem ist ja mal so dumm jetzt machen wir mal ja Untertitelung des ZDF, 2020 Oh ja, die haben echt gute Sachen, du findest die mit dem wissenschaftlichen Graffiti. Bro, was für ein scheiß wissenschaftliches. Bro, was für ein scheiß wissenschaftliches Rage? Oh ja, die hat ja. War, 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 war. War, 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 war. War, 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 war. copat. Digger. So, ich guck erstmal, wo die ganzen Cops sind. Und wie ich das mache, meine lieben Freunde? Das zeig ich euch sofort. Eine Sekunde. Nehme ich hier. Das Angebot gehe. Hey, ich habe ein paar neue Orte. Wo sind unsere Cops? Das ist mein Legit. Wo sind die Cops? Da sind sie. Das ist nur eine Gruppe. Wo ist der Rest? Die werden so safe bei mir in der Hütte vorbeimarschieren. Eigentlich sieht unsere Butze gar nicht so schlecht aus von außen. Also ist auf jeden Fall nicht so klein. Aber ist halt ranzig wie scheiße. Das ist ein safe da hinten rumgerannt. So, jetzt brauche ich noch 4 Gramm Ampvieh. Ampvieh. Schön. Ampvieh. 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 Was ist ein Ich bin jetzt Ich bin jetzt Ich bin jetzt Ich bin jetzt für 4 gramm 100 taten ist schon geil wir warten jetzt hier in der butze bis auf bis zu morgenstunden und dann suchen wir das haus mit der wissenschaftlichen aufschrift so warten wir eben verspringen das und 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 Das war's für heute. Das war's für heute. So, willkommen zurück. Wir haben die Nacht eben übersprungen. So, wir achten jetzt gar nicht erst, ob die Mails hier sind. Wir gucken direkt hier nach einem Gebäude mit einer wissenschaftlichen Aufschrift. Das Gebäude hat dann am alten Markt eine wissenschaftliche Aufschrift. Wie weit geht denn überhaupt der alte Markt? East Town, West Town, alter Markt. Two Towers ist hier. Ist aber nicht mehr unser Bier. Headshit. Goll. Hmm. Hm. Warte mal kurz, wir nehmen Dietrich mit, dann knacken wir den Rest der Butzen, die hier noch sind. So, und wir nehmen das Geld mit, das zahlen wir direkt ein, immer direkt wieder ein bisschen was auf der Hohen Kante, und da kommt nicht viel die Finanzaussichtsbehörde, oh, und jetzt zieht das ein. Digga, das war so close. Perfekte Mente. So, meine lieben Freunde, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, in der nächsten Folge werden wir die Leute suchen und danach, danach, dann sind wir mit unserem Leben zufrieden, weil wir uns in den Gangs hocharbeiten. Dementsprechend bis die nächste Folge, meine lieben Freunde, bis dahin. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau. Tschau.